ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Haben Sie gesehen? So sicher! Und blau-gelb ist der BMW. Das sind für mich eigentlich die wichtigsten Komponenten, die ein Auto haben muss. Meine Tochter bekommt bald Nachwuchs. Ob es ein Bub oder eine Mädchen wird, das weiss ich eben noch nicht. Aber auf jeden Fall wird es ein HCD-Fan. Ja, ich bin dann schon etwas erschrocken, als ich erfahren habe, dass hier das Pferd an Poppi unterwegs ist. Ja, ich habe dann gemeint, ich müsse da albig ins Unterland fahren, um das Poppi zu sehen. Aber du hast mir dann gerade gesehen, dass meine Tochter eine 2er BMW-Grandtour hat. Das Auto hat nämlich Platz für 7 Personen. Ja, so könnten meine Tochter und mein Schwiegersohn mich weiterhin zu Davos Koga besuchen. Ja, von mir aus könntest du nach dem Poppi auch noch einmal eines haben. Aber dann wird es dann langsam schwieriger. Und eigentlich auch nicht. Dann bleibt dann einfach mein Schwiegersohn im Unterland. Eben von dort, wo er herkommt. Apropos. Nicht vergessen gehen abzustimmen, gellten Sie? Aber dafür blau-gelb. Gn-Ghn-Ghn-Ghn-Ghn-Ghn-Ghn-Ghn.